Ah, eine wahre Schönheit hast du da gewählt. Dieses Pferd stammt aus Thessaloniki, sehr schön. Thessaloniki, die zweitgrößte Stadt in Griechenland. Und in meinen Augen sogar die schönste. Also schöner als Athen, finde ich. Thessaloniki. Da gibt es eine deutsche Schule, Leute. Könnt ihr da hin auswandern. Deutsche Schule in Thessaloniki. Oh Mann, da ist noch ein Aussichtspunkt. Schaut mal. Da und genau da unten ist ein Ziel. Ein Story-Ziel. Leute, guckt euch. Ach, das ist ja geil, oder? Guckt euch das an. So, hallo. Hallo, herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Genau, und das ist genau der Grund, warum ich das Spiel jetzt mir gegönnt habe. Und warum wir das jetzt anschauen werden. Weil ich darauf voll Bock habe. Also, ich nehme mal an, finde Markus und rede mit ihm. Ich nehme mal an, das werden auch zwei solcher Ziele sein. Hier, das, guck mal, dieses Ziel, das ist das, wo ich gerade schon war. Da ist ein Haken dran, stimmt's? Und direkt daneben ist noch ein Fragezeichen. Kein Fall-Damage, ist ja cool. Das heißt aber, ich sehe gerade aber nicht. Ich bin am PC unterwegs gerade, ja. Jetzt gucken wir mal, jetzt gucken wir mal, wo ich, äh, wie finde ich denn heraus? Wo das, warte mal, kann ich das, habe ich ein Logbuch irgendwie? Ah, das ist Ducken, das ist das Tauchen hier. Ja, okay, also, da bin ich raus, kenne ich mich nicht aus. Wir wissen, hier oben ist eine Zeus-Statue. Die gucken wir uns erst mal an. Am Fuße des Zeus. Da, da ist das Ziel, guck mal. Ah, da gehen wir mal da hin. Sehr. Ich kann überall runterspringen, einfach. Guck mal, wir klettern mal auf die Mini-Akropolis hier hoch. Und dann wisst ihr das, guck mal hier. Das zum Beispiel sind ja diese Säulen, die es überall in Griechenland an all diesen Gebäuden gibt, ne? Ich geh da mal auf so eine Säule drauf. Werde ich nie schaffen. Äh, diese, diese Dinger hier, das ist so geil, wie die das gebaut haben. Ähm, bei den Tempeln, bei Akropolis und so weiter, ne? Da haben die sogar diesen, diesen Knick, den die Optik macht, haben die ausgeglichen. Ah, okay. Guck mal, hier ist ein Haus. Also Fall-Damage gibt es später, okay. Wenn ich weit runterfall. So. Hier liegt ein Buch. Na, vielleicht spielt... Ich werde natürlich auch die anderen Assassin's Creed-Teile spielen. Ah, okay. Naja, ich werde einfach versuchen, nirgends runterzuspringen. Ich habe mal so gesehen, in irgendwelchen alten Teilen... Sehr geil. In den alten Teilen habe ich gesehen, da sind dann Leute von irgendwo runtergesprungen, in irgendwelche Strohhütten rein. Äh, Strohwagen. Okay, 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 das verstehe ich. Dann werden wir das mit Level 30 erstmal in Ruhe angehen. Ah, ich kann die... Warte mal, was war das? Da hinten ist noch einer mit dem Bogen unterwegs. Ah, guck mal, man sieht hier sogar... Level 1. So. Ich hätte den eh aufheben. Warum trage ich es jetzt... Warum trage ich es jetzt die Leiche rum? Damit die nicht gefunden wird, oder was? Von irgendwie anders? Ich will den eigentlich nicht aufheben, ich will den eigentlich looten. Die anderen hier gerade eben waren doch lootfähig, würde ich sagen, oder? Nee, auch aufheben. Das ist eins, das habe ich irgendwie offenbar mitgekauft. Ich habe ja die Assassin's Creed, äh, die ultimative Version gekauft hier. Und ich glaube, da habe ich einfach ganz viel so ein Zeug mit dazu gekauft. Leute, warum schleppe ich die Leichen jetzt weg? Hat das denn Sinn? Das ist bestimmt, wenn man später in der Stadt irgendwo jemanden umbringt, dass man die verstecken kann, oder? Macht das jetzt hier auch Sinn? Ich habe da noch verschiedene andere Rüstungen, aber auch ab Level 5. Die kann ich dir gerne mal zeigen. Das ist eine KI. Ah ja, okay. Also ich habe... Du bist in der Nähe des Ziels, drücke V, um Icarus zu rufen. Ah, okay. Machen wir gleich. Guck mal hier. Das ist das, also das ist die... Habe ich jetzt mal angelegt. Und, äh... Also das ist jetzt hier irgendwas, was ich offenbar... Es ist ja legendär. Guck mal. Und das ist auch legendär. Und ich hätte das wahrscheinlich normalerweise alles noch gar nicht. Weil, wir haben ja vorhin gesehen, irgendwie das, was ich eingesammelt habe, das war ja bloß so ein Billow-Ding irgendwas. Das ist alles legendär. Das ist irgendwie vom DLC runtergeladen. Aber hier, guck mal. Zerbrochener Bogen. Er ist zerbrochen, muss repariert werden. Das würde ich... Also das werden wir uns auf jeden Fall anschauen. So, ich bin in der Nähe von meinem Ziel. Woran erkenne ich denn das? Das Ziel ist doch hier oben. Wenn ich jetzt V drücke, kommt der Vogel Icarus. Ach, guck mal. Jetzt kann ich... Was ist denn jetzt? Ach, guck. Jetzt fliege ich als Icarus durch die Gegend. Und kann ich jetzt... Kann ich mir jetzt angucken, wo da Menschen sind oder was? Damit ich weiß... Scannen. Markierung setzen. Schwebemodus beschleunigen. Okay, was für eine Markierung kann ich denn da setzen? Ah. Wer fliegt da hin, ne? Okay, dann fliegen wir jetzt da lang. Mal sehen, was du dir diesmal eingebrockt hast, Marcos. Das ist das Ziel gewesen, oder? Jetzt kann ich wieder zurückfliegen? Beschleunigen. Finde Marcos und rede mit ihm. Ah. Ach so, das ist das Ziel. Das heißt, hier unten... Da muss ich jetzt hinlaufen. Okay. Wie komme ich jetzt wieder raus? Ach so, Escape drücken. Alles klar. Ich habe also jetzt Markus gefunden und weiß jetzt, dass der da oben ist. Okay. Und jetzt muss ich heimlich irgendwie zu dem hin. Was heißt denn dieses Auge da? Dass ich nicht gesehen werde gerade, oder? Oder dass ich gesehen werde? Ich versuche ja jetzt da hoch zu kommen, ne? Wunder, dass die mich sehen. Vermute ich jetzt einfach mal. Na, da ist es natürlich... Ah, das ist... Ah, okay. Das ist... Alles klar. Jetzt sind wir hier auf jeden Fall. Das sind Menschen. So, ich will ja da hoch mit Markus reden. Vielleicht will ich ja nicht gesehen werden. Das heißt, wir gehen jetzt irgendwie hier außen rum. Gucken wir mal erst mal, wie es überhaupt aussieht in Griechenland. Ich gucke mal hier runter. Da ist eine zu eingefallene Brücke. Da ist es Meer. Ist das das Ägäische Meer vielleicht? Und wisst ihr was? Wenn ich in... Als wir in Athen waren, ne? Da war das auch so, dass da oben könnte der Tempel von Eva-Istos sein. Wenn das hier jetzt Athen wäre, da stand so ein bisschen auf dem Berg Eva-Istos-Tempel. Das sah ähnlich aus. Alt-F4 muss ich gleich mal ausprobieren. Unbedingt. Das ist ja krass. Ich versuche jetzt einfach mal hier ganz außen rum zu gehen, ohne dass mich jemand sieht. Ich habe ja früher mal... mit Markin und so Ghost-Tracking gespielt. Und kann man hier irgendwie speichern eigentlich? Macht es das automatisch? Da war es ja auch so. Ich war immer der, der am lautesten reingerannt ist überall. Speichern. Ich mache das mal. Wir haben jetzt... 21 Minuten Spielzeit schon. Wahnsinn, oder? 21 Minuten Spielzeit. Nein, Alt-F4, damit riecht man mich nicht aus. Wir werden absterben. Okay. Jeder einzelne. Vergiss alles, was du über die Vergangenheit weißt, mein Freund. Zusammen revolutionieren wir den Weinanbau. Glaub mir, irgendwann blickst du auf diesen Tag zurück. Jetzt hat sie die Mütze abgesetzt. Guck. Kassandra, den Göttern sei Dank. Föbel war rechtzeitig bei dir. Ich kann dich noch hören. Ich war so besorgt. Der Zyklop schickte dir seine Hunde hinterher. Sicher nicht zum Spaß. Ich wünschte, du hättest es mir gesagt, bevor sie mich fanden. Aber das ist nicht der Punkt. Du hast ein Weingut gekauft, Markus. Ein Weingut? Warum nicht? Ich mag Wein. Du magst Wein. Einfach jeder mag Wein. Und jeder kauft Wein. Warum also nicht von mir? Ah, okay. Ja, das haben wir schon gesehen in der Mütze. Ich habe sie erst mal angelassen. Aber das sieht natürlich auch so ganz cool aus. Erst mal Cezra, herzlich willkommen. Vielen Dank für das Follow. Vielen Dank. So. Was haben wir noch? Und ich kann automatisch speichern. Okay. Sehr gut. Weiß nicht. Sehe ich hier gerade noch? Der Izmir hat ja vorhin geschrieben. Esio ist der Charakter aus den ersten drei Teilen. Und praktisch das Maskottchen der Spielreihe. Aber wer ist Esio? Also das ist ja nicht der Vogel Icarus. Wer ist denn Esio und das Maskottchen? Also welcher von den Figuren ist denn damit aus allen drei ersten Teilen die Figur? Habe ich gar nicht gesehen, Esio. Oder? Habe ich das übersehen? Nein. Ein Assassine. Okay. So. Du weißt nicht, wie man Wein herstellt. Das wird schief gehen. Okay. Okay. Weil du nicht weißt, wie man Wein anbaut oder verarbeitet. Ich lerne sehr schnell. Man lässt einfach die Trauben wachsen und dann hat man Wein. Ach, so einfach ist das? Du kennst mich gut genug, um zu wissen, dass ich einen Plan habe. Markus hat immer einen Plan. Also gut. Hast du dann das Geld, das du mir schuldest? Ob ich das Geld habe, das ich dir schulde? Natürlich. Naja, nein. Also nicht hier. Dann besorg es. Sofort, meine Beste. Sofort. Aber vielleicht solltest du das tun. In Sami gibt es so einen Händler. Ich bin nicht gut in solchen Dingen, wie du weißt. Ich soll meine eigenen Schulden eintreiben. Das Geld wartet in Sami nur auf dich, meine Beste. Wer ist dieser Händler? Doris. Du kennst Doris. Ein netter Kerl. Okay, Doris. Ich muss mal gucken. Die Stimme ist relativ leise, kann das sein? Ich muss doch gleich mal gucken, ob ich die Grafik einstelle und zurückdrehen muss. Es kommt manchmal so ein kleines Ruckeln rein, habe ich das Gefühl. Doris? Wie dumm kann man denn sein? Hör auf, ihm Geld zu geben. Er zahlt es mir immer zurück. Aber nur, wenn ich ihm drohe. Ganz genau. Alle gewinnen. Doris kriegt sein Geld. Ich kriege meine Zinsen. Und du hast was zu tun. Gephalenja ist traumhaft, nicht wahr? So, wo ist Doris? Dann gehen wir den mal suchen, oder? Wo finde ich Doris? In einem Laden in Sami über dem Hafen. Das weißt du doch, Kassandra. Wird er auch dort sein? Ich bin noch nicht die Pythia. Woher sollte ich das wissen? Das ist Odyssee. Hoffentlich hat er mein Geld, Markus. Ich würde nur ungern das Weingut verkaufen. Keine Sorge. Oh, danach gibt es noch etwas anderes, worüber wir reden müssen. Danach. Gut, aber ich nehme ein Pferd. Es ist viel zu heiß und viel zu weit. Oh, jetzt reiten wir mit dem Pferd? Aber... Siehe es als Zinsen an, Markus. Alle gewinnen, oder? Ja, meine Beste, natürlich. Das mache ich gleich mal. Ich suche eins aus. Lass mal, wir klettern mal auf die Zeugsstadel hoch. Auch hier haben wir wieder was Gelbes. Erzählen wir von den... Ah, okay. Wir können jetzt fragen, was macht... Ach so, okay. Also, was man quasi gesehen hat, wird in der Karte aufgedeckt. Interessant. Okay, auch schön. Das heißt, es lohnt sich immer mal, an die höchsten Stellen zu klettern. Sehe ich das richtig? Ah, Skyros. Du hast ein gutes Auge, meine Beste. Dieses Pferd überquert Gebirgspässe wie eine Ziege. Okay, da kommen wir über Gebirgspässe rüber. Das in der Mitte. Was ist mit dem? Ah, eine wahre Schönheit hast du da gewählt. Dieses Pferd stammt aus Thessaloniki. Sehr schön. Das ist Thessaloniki, die zweitgrößte Stadt in Griechenland. Und in meinen Augen sogar die schönste. Also schöner als Athen, finde ich Thessaloniki. Da gibt es eine deutsche Schule, Leute. Könnt ihr dahin auswandern. Deutsche Schule in Thessaloniki und dann die Hafenpromenade. Die sieht so schön aus. Das Pferd, das wird doch mein Pferd. Das sehe ich doch schon. Mir gefällt das rechte. Sieht gut aus. Ah, das mazedonische. Sie werden für den Kampf gezüchtet. Das ist ein echtes Schlachtross. Okay, wir haben also ein schnelles Pferd, ein kämpfendes und eins für Prestige. Sehe ich das richtig? Ähm, das, äh, Mazedonien ist ja Nordmazedonien, ist ja Griechenland, ne? Also Nordkriechenland ist ja Nordmazedonien und dann gibt es ja noch drumherum die ganzen Länder und so, mazedonisches Pferd. Aber ich werde mal das Prestigepferd aus Thessaloniki nehmen, einfach weil ich die Stadt Thessaloniki so cool finde. Ich bin ja gespannt, ich hoffe ja, wir kommen da auch mal hin. Da kann ich euch mal zeigen oder erklären, ob das heute immer noch so aussieht. Da, denn da war ich auch schon ein paar Mal. Lass das Aluniki-Pferd, möchte ich. Gib mir das mittlere Pferd. Ähm, ja, eine gute Wahl. Aber diese spezielle Rasse hat ein paar Marotten, die dir vielleicht nicht bewusst sind. Ich will nicht, dass du so ein unwürdiges Pferd bekommst. Unwürdig, aha. Doch. Das hier, das will ich. Bist du sicher, denn? Ganz sicher, Markus. Alle gewinnen, besonders du. Du hast den großen Phobos ausgewählt. Hat mich nie enttäuscht. Phobos. Denk daran, triff mich am Tempel in Sami, wenn du, ähm, dein Geld von Duris hast. Ah, Oterpe. Es ist genug Wein für alle da. Keine Sorge. Nicht jetzt, du Narr. Phobo wurde entführt. Was? Von wem? Lakaien des Zyklopens. Wem sonst? Einfach so auf offener Straße. Sag mir, wo sie hin sind. In Richtung des Strandes der Itimene. Zum Strand? Kann ich mal? Ich hole sie. Ja, geh. Aber vergiss nicht den lieben Duris, Kassandra. Okay, jetzt können wir also verschiedene Sachen machen. So, ich kann ganz kurz, ich gehe mal eben in die Grafikeinstellung. Ich schaue mal schnell. Ähm. Was haben wir denn hier? Ich habe ja Fenster, wo du es angemacht. Guck mal gleich mal schnell. Gehen wir da mal hoch. Äh, 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 ich kann ja die, naja, das bringt jetzt nicht so richtig viel, wahrscheinlich. Äh, äh, die Helligkeit habe ich ein bisschen hochgestellt. Guck mal hier, ich kann ja die Schatten ein Stück runter machen. Das kann ich ein bisschen runter machen. Wir versuchen das mal so. Das ist alles auf sehr hochgestellt, weil wenn ich es nicht streame und nicht aufnehme, ist es alles auch kein Problem. Aber wenn ich jetzt eben das gleichzeitig streame und aufnehme, schafft das dann eben doch nicht so gut. Da wollen wir mal einfach, ich nehme mal ein kleines bisschen Qualität raus. Da werden wir einfach hoffen. Gucken wir uns das mal an. Die Texturen lassen wir natürlich gut, denke ich mal. Äh, das lassen wir auch. Das will ich mir ja genau angucken. Schärfentiefe. Merke ich das überhaupt nachher? Ich werde es gar nicht übernehmen. Übernehmen wir das mal. Hoffentlich stürzt das Stream nicht ab. Ah, ist alles aus. Die Vereinigten. Ach, überlegt mal. Der Attische Seebund, guck mal. Wurde zum Kampf gegen die Perser gegründet. Also haben die damals schon einen Verbund gemacht, einen Militärverbund, um sich gegen eine gewisse Armee durchzusetzen. Dann müssen die Perser ja eine richtig krasse Armee gehabt haben, ne? So. Äh, Missionsziele vor Ort anzeigen. Ich kann jetzt nicht. Ja, okay. Okay, ich guck jetzt mal ganz kurz. Da oben ist die Zeugstall. Dann gehen wir jetzt mal hoch. Aber, äh, wieso kann ich auf meinem Pferd nicht aufsitzen? Warum ist das da drin? Wie krieg ich es wieder raus? Das muss doch jetzt, äh, ist da der Teil der Story noch nicht gespielt? Warte mal. Muss ich jetzt wieder da runter rennen und das nochmal machen? Hör doch auf. Na, wir gehen erst mal da hoch. Klettern jetzt mal da hoch. Dann habe ich jetzt den Fehler gemacht und ich hätte das gleich speichern sollen, bevor ich die Grafik umstelle, ne? Habe ich aber natürlich nicht gemacht. So, da ist auf jeden Fall die Figur von Zeus. Und ich, mir fehlt, ach da, der Blitz, den sieht man nicht, oder? Was hat denn der in der linken Hand? Hat der einen Blitz in der linken Hand? Die ist ja, guck mal, das ist eine Spartanerin, wie Kratos. Der konnte auch überall hochklettern. Ja, ich habe das schon gehört. Manche sagen, das ist ein Scheißspiel. Und manche sagen, es ist eines der besten überhaupt. Eine griechische Statue. Da gehört das natürlich dazu, meine Damen und Herren. Da gehört natürlich auch das Phallus-Symbol mit dazu. Ist einfach so. Aber guck mal, wie groß, oder? Also guck mal, wie groß die Statue einfach ist, die wir jetzt hier hochklettern. Ist das ein Blitz? Das ist ein Blitz, oder? Der da in der Hand hat. Ich war schon zwischen seinem Bein. Guck mal, hier ist ein Vogelsymbol. Es ist ein Screen Odyssey, ist das. Oh, guck mal, oder? Leute, sieht das geil aus. Oh, ich bin ja schon jetzt verliebt. Ey, Leute, wir sind am Anfang. Wir sind ganz am Anfang. Jetzt guckt sie sich über den Vogel die Insel an. Okay, wenn du einen Aussichtspunkt synchronisierst, kannst du per Schnellreisen dorthin reisen. Ah, du verbesserst damit auch Icarus-Fähigkeiten. Icarus, ihr wisst schon, dass das auch dieser Gott ist, der die Flügel hatte, ne? Warte mal, ich will mal ganz kurz gucken. Da unten ist auf jeden Fall das Ziel. Ich muss bestimmt das mit Markus nochmal spielen jetzt. Guck mal, da unten kann ich jetzt... Mal hier ist. Ich bin gerade erst am Anfang. Okay, da gebe ich mir Mühe. Guck mal, jetzt kann ich hier als Vogel erstmal noch ein bisschen rumfliegen. Da unten ist auf jeden Fall... Da sieht man, da sind verschiedene Fragezeichen noch. Da ist noch ein Fragezeichen. Da sind Schiffe. Guck mal, da ist noch ein Aussichtspunkt. Schaut mal. Da und genau da unten ist ein Ziel. Ein Stochi-Ziel. Aber Leute, guckt euch... Ach, das ist ja geil. Oder guckt euch das an. Ach, cool. Danke für die Follows, Basti und Hewi. Vielen, vielen Dank für eure Follows. Wir haben jetzt schon... 28 Follower habt ihr heute schon hinterlassen. Ist ja der Wahnsinn, Alter. Ist das geil, Leute. Ist das geil. Ich bin so scharf. So, jetzt gehen wir der Story nach. Danke, Bertan. So. Jetzt versuche ich mal nicht zu sterben, wenn ich hier runtergehe, okay? Das hat schon mal wehgetan. Wie komme ich jetzt hier runter? Das ist geil, danke. Das habe ich also gar nicht auf dem Schirm gehabt, als ich mir das Spiel rausgesucht habe. Dass das so viele Leute gibt hier, die das total cool finden, ne? Hat er wirklich... Okay, sie lebt noch. Ah, jetzt heizt sie sich auch. Ah. Okay. Boah, das tut aber schon krass weh. Vielleicht hatte ich jetzt einfach Glück, oder? Aber die nimmt ja wirklich tolle Schaden. Das sieht er, seht ihr das? Wenn man überlegt, das ist ja noch ganz der Anfang. So. Ich brauche jetzt auf jeden Fall mein Pferd. Danke für die vielen Likes. Wer hat die Likes denn da gelassen? Habe ich zu spät gesehen jetzt, hä? So, hier ist auf jeden Fall das Ziel. Das Ziel muss ja... Ich muss ja mein Pferd da rausnehmen. Jetzt müssen wir erst mal gucken, wie ich an das Pferd komme. Ich will mein Pferd aus Dessaloniki haben. Da bist denn du. Du siehst nicht gut aus. Ich muss sie verärgert haben. Die Götter. Rum. Kann sein. Man sagt, sie wären sehr nachtragend. Früher betete ich in der Drogarati-Höhle zu Hermes. Das sind die Götter auch, weißt du? Danke Jonas für die vielen Likes. Sie erfüllen Wünsche, wenn man ihnen etwas bringt. Also bringen alle Opfer hin und bitten im Gegenzug um etwas. Doch meine Wünsche wurden nie erfüllt. Und nun gehen mir Geld und Opfergaben aus. Ich bin selber arm, weißt du? Ich habe etwas falsch gemacht. Du kennst Hermes. Er kann ein Schelm sein. Oh, Hermes? Es gibt viele Götter in der Höhle. Alle bitten etwas anderes. Geh und höre sie selbst an. Ich gebe dir mein letztes Opfer, wenn du es tust. Ich muss wissen, ob sie echt sind. Ah, okay. Ich muss mich ja sowieso erstmal... Die Skillpoints und sowas muss ich mir mal angucken, wie das geht. Das machen wir. Wir gehen da rein. Keine Sorge. Ich gehe. Oh, danke. Und denk dran. Pass auf, wo du hintrittst, Söldnerin. Du wandelst dort auf heiligem Boden. Das werden wir noch sehen. Wir machen jede Quest. So. Jetzt haben wir erstmal einen Helm. Unsichtbar gescheitert, damit wir das Gesicht immer sehen. Danke für das Follow. So. Lol. Lol. League of Legends ist auch dabei hier. So. Okay, aber Leute, wo ist mein Pferd? Und was ist denn das da oben? Ah, das ist der Vogel da. Das grüne Symbol. Ich bin hier raus. Was heißt das grüne Symbol da? Hier oben war doch irgendwo mein Vogel, oder? Mein Reittier. Wo ist mein Reittier? Komm her. Das ist doch da oben. Da ist doch der Stall da oben, oder? Hier bin ich nach vorne losgeklettert. Guck mal, die schönen Häuser, oder? Diese typisch griechischen. Ah, da kann ich... Ach so. Ich kann also auf die Zeus-Statue quasi hochreißen. Interessant. Oh, die reden griechisch. Kalimera. Wie kann es? Da wäre ich so schlecht. Danke für das folgende, TVD-Fan. Herzlich willkommen hier in der Community. So, 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 so. Ich habe jetzt gerade letztens gesehen, bei mir im Discord-Server hat jemand einen Minecraft-Server geteilt. Das fand ich cool. 108 Mods hat er auf seinem Minecraft-Server. Das war krass, aber da habe ich noch nicht reingeschaut. Vielleicht gucken wir da mal irgendwann gemeinsam auch mal auf dem Server vorbei. Muss ich mal... Ist über Kursforge. Muss man da reingehen, dann kann man das dann... Muss ich mal gucken. Oh, untere Pfeiltaste. Da kommt das Pferd dann, meinst du? Wollen wir mal gucken? Ne, so nicht. Warte mal, Pfeiltaste. Untere Maust... Irgendeine Pfeiltaste. Äh, geht nicht. Nee, da macht er bloß die Kamera. Guck mal. Jetzt müssen wir ganz kurz... Ich fliege mal ganz kurz. Ich muss mal eben meinen Vogel nutzen. Wo ist der... Wo ist denn der Stall? Wo sind denn... Auf dem PC spiele ich. Wo ist denn das? Wo ist denn der Stall? Ich habe doch vorhin... Wir sind doch von hier aus da hochgeklettert, oder? Da sind die Pferde. Da sind die Pferde. Da muss ich hin. Zack, markiert. Und jetzt müsste ich das doch sehen, was ich gerade markiert habe, oder? Sehe ich das? Woran erkenne ich das? Was ich gerade markiert habe? Das da. Die Pfeiltaste für den Vogel ist V. Achso, du meinst, ich könnte... Warte mal. Ich spiele es zum allerersten Mal. Ihr seid so erfahren damit. Also hier ist jedenfalls mein Pferd. So, aber wie kriege ich das jetzt hier raus? Oh. Lass mein Pferd hier frei. Mann. Vorhin war das schon mal draußen. Da habe ich aber dummerweise das Spiel umgeändert. Und das kriege ich das Pferd da nicht raus. Mist war das. Also mit V-Taste gedrückt halten geht es nicht. Kurzes V ist der Vogel. Ja. Erstmal muss ich gucken. So, Gegner locken. Ja, das ist ja... Okay. Na, pass auf. Wir gucken mal rein in die Tastatur. Wir gucken mal einfach in die Option rein. Wir schauen mal, was haben wir denn da? Steuerung. Ach, guck mal. Wir haben mal einige Knöpfe. Icarus rufen. Attentat. Primäre Interaktion. Attentat vielleicht. Parieren. Pfeifen. Reittierrufen. Wir haben X. X. Aha. Okay. Ah, guck. Da ist es. Sehr schön. Jetzt können wir endlich die Mission. Die ist aufsitzen. Danke. Sehr gut. Danke für euren Hinweis. Ohne euch. Ich wäre so aufgeschmissen. So, und jetzt können wir reiten mit dem Thessaloniki-Pferd zu diesem Ziel da. Stimmt, das habe ich recht. Nur mal ganz kurz gucken. Ja, jetzt reiten wir. Reit geschwind durch Nacht und Wind oder so. Wie war das? Reit zu spät durch Nacht und Wind. Kann das Pferd schwimmen, ne? Ich reite einfach immer dem Ziel nach, ohne links und rechts zu gucken. Einfach mal über den Gebirgspass. Ich werde mich an die Malakas anschleichen. Die Malakas. Ist Malakas ein griechisches Wort dafür? Muss ich mir mal merken? Muss ich mal in Griechenland fragen? Da haben wir ein Danke auf jeden Fall für die Hilfe. Hier ist durchsuchen. Hast du das gerade gesehen? Was war das jetzt? Was kann man hier durchsuchen? Ein Busch? Ah, guck mal hier. Ich kann Bäume pflanzen. Olivenholz kann ich einsammeln. Ach krass. Hier ist noch eins, glaube ich. Und hier drin bin ich unsichtbar. Ah, geil. Gibt es hier noch mehr zum einsammeln? Guckt mal. Hier ist auch was. Hier ist ein Bäumchen. Kann man hier hochladen? Ach, guck mal. Ich kann auf die Bäume hochladen. Ach, guck mal. Ach so, ich kann es versuchen auf die Bäume hochladen. Ah, okay. Sie versucht es, aber sie kommt nicht hoch. Du, pass mal auf. Pärtchen, bleib hier stehen. Versteck dich da im Gebüsch. Sehr gut. Wir schleichen uns jetzt an. Ah, okay. Jetzt kommt eine Katze. Sei still, oder ich ziehe die Fesseln ein bisschen enger. Sie wird dem Zyklop mein fettes Lösegeld einbringen. Keiner wird mich zurückkaufen. Die sind alle arm. Sei leise, Föbel. Geist.